Ich hätte ihn an sich gemacht, aber... Ja, vielleicht wirst du morgen von deinem Leid endlich erlöst. Vielleicht kommt morgen einer der Zauberer zumindest wieder. Okay. So, und da sind wir wieder. Und ich bin immer noch ein Burger. Verdammt. Aber langsam gewöhne ich mich dran. Das kann so. Vielleicht ist er die ganze Zeit eigentlich da, aber wir sehen ihn nicht. Und hören ihn vielleicht noch nicht. Aber auch der König ist immer noch nicht da. Das könnte auch sein. Der Hofmagier, der irgendwie sich noch gar nicht hat blicken lassen, der ist vielleicht einfach unsichtbar. Wer weiß. Genau. Sein magisches Mikrofon ist vielleicht auch gemutet. Wer weiß. Wer weiß. Oh nein. Aber ich bin gerade am überlegen, wenn König Exo jetzt schon die ganze Zeit gar nicht da ist. Ich glaube, ich werde diese Chance einfach mal nutzen. Und ich werde mich zum König deklarieren. Der Thron ist ja leer. Ja. Ja. Von uns kennen wir nur den Donald. Der ist der Mac unter allem. Das ist eher bei uns so bekannt. Ich bin jetzt quasi der Burger King. Das ist problematisch. Aber der ist auch da. Und bei uns bekannt. Ach so. Ja gut, mit dem kann ich jetzt leider nicht dienen. Ja, das wird schwierig, ein wandeltes Stück Brötchen ernst zu nehmen. Deswegen frage ich vielleicht schon, um meine Gunst vielleicht zu gewinnen. Wie stehen Sie eigentlich so zum Glücksspiel? Ganz viele Leute. Also gehorcht mir, er zittert vor mir und vernascht mich bitte nicht. Ah, okay, okay. Ich frage nur. Ah, gut. Okay, okay. Muss ich mir vielleicht merken. Muss ich mir merken. Irgendwie muss ich ja mal meinem Pferd seine Kokosnüsse wieder zurückkriegen. Also für mich ist es schon ein Glücksspiel, welche Soße auf mich raufkommt. Aber ich bin dem Ganzen nicht ganz abgeneigt, weil ich mag Überraschungen. Das geht gar nicht. Ja. Genau, genau. Der spielt schon mit ganz komischen Soundeffekten hier rum, wie ich gehört habe. Ja. Ja. Also unglaublich, unglaublich. Aber nein, dann denke ich mal, können wir jetzt alle zufrieden in die Nacht gehen und das ganze Event beenden. Das passt schon. Das passt schon. Aber wenigstens starten wir morgen Tierisch rein. Das ist doch erstmal wunderbar. Ich hoffe es nicht. Vielleicht mag der König ja Tiere. Ich hoffe es nicht, auch wenn die meinen schönes, meine schönen, schönen Sesamkörner da oben so wegkratzt. Aber egal. das ist es mir wert. Ja. Ja, das kann natürlich sein. So, da werden wir mal abwarten. Also geduldet euch bis morgen um zur Mittagsstunde. Wir haben ja hier noch keine Uhren. Ich hätte es weiner vergessen. Ihr kommt ja aus einer ganz anderen Zeit und ich vielleicht auch, aber das wäre ein Plottwist, den wir nicht bringen möchten. Noch nicht. Aber ja, dann viel Spaß. Nein, nicht viel Spaß. Bis dann. Ich hoffe, man sieht euch morgen wieder, ihr gemeines Volk. Also nein, ich hoffe es nicht. Ich befehle es. Ich bin ja jetzt. Ich bin ja jetzt.